Wir sind zu sechst und du bist allein. Noch seid ihr zu sechst. Erzähl mir von diesem Jäger. Es heißt, er nutzt eine Verbindung zu Tieren, um seine Beute aufzuspüren. Stehst du auf seiner Liste, gibt's nur einen Weg runter. Glaubst du, du besitzt Ehre? Du bist genau wie unser Vater. Nur ein weiterer Mann auf der Jagd nach einer Trophäe. Wir sind Mörder. Hat er uns das nicht gelehrt? In jedem von uns steckt ein Tier. Warum, glaubst du, nennt man mich wohl Rhino?